Hallo! 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 Was machen Sie hier? Hallo! 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 Guck nicht so dumm! Hallo! 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 Oh, sorry, Mann! Mh, Van entgegen, gell? Von Sophie. Habt ihr nicht gesehen? Okay, Stübel hebt ab. Da haben wir nicht gesehen. Stübel ploppt raus. Tot. Tot. Wusstet ihr, dass man noch drucken kann? Du musstest nur auf ne andere Taste ballen. Okay. Ja. Ich drücke grad. Ich bin ausgestiegen, bin tot. Du Lappen. Ja, wegrämmst zwei Mio. Oh! Alter! Alter! Yo! Ich flieg nach Mappen! Alter! Alter! Ich kann nicht dir kurz Flaggen geben. Du gibst dann einfach Timo oder so. Alles machen. Musst du weg, oder was? Ich spreche mit dem Safe Zone. Ich spreche mit dem Safe Zone. Schnauze. Du scheiß Bastard. Bastard, du kannst schon auf tiefste Kunde wollen. Halt doch die Schnauze. Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Du kommst mit Safe Zone, Junge. Du bist in die Safe Zone geflüchtet. Wir kriegen hier ein richtig Problemchen an. Das weißt du. Ich weiß nicht, ob sie sich die Regeln irgendwann mal angeschaut haben. Aber so was nimmt man Safe Zone doch nicht. Fresse. Ich hab mich sicher nicht aussagen lassen von euch Bastard. Junge, du kannst ja gut... Ja, okay, komm. Du kapierst es nicht. Wir sehen uns auf dem Funk. Fresse. Ja, halt die Fresse. Komm. Was? Danach fährst du einfach weg. Der hat zu mir gesagt, ich kann weiterfahren. Ist der dumm? Ich geh jetzt zum AP-Wächter und blase dem in den Arschloch weg. Dann drück ich mal, was sagst du, Mann? Sag ihm mal, der soll dir mal die 1.000 plus AP-Punkte geben. Na, echt mal lieber so. Wo ist denn da? Wo komm ich denn jetzt zu deinen Wächtern rein? Gar nicht. Ich dich für jetzt deinen Arschloch. Doch, hier, warte. Nein, es geht nicht. Ja, wie kann ich denn zu dem Wächter? Kannst du nicht. Kannst du nicht. Ist der dumm? Jürgen, die sind geheim. Du weißt nicht, wer das ist. Mit freundlichen Grüßen... Ach, ist das so... Der hat mir auch minus Punkte gegeben. Der ist ja so dumm, dass das wieder so ein 40-jähriger Buhn... Jaaaa... Der hat mir auch minus Punkte gegeben. Hässlicher Ba... Mit deiner dreckten Frau... Weg. So ein Buh... Elias, gestern hast du... Jaaaa... Ich hoffe nicht, ob mein Erfehler... Ich... Ich... Ich zeige euch das gleich. Das war so angemessen, was ich zu dem Gell gesagt hab. Gleich kommt hier einfach irgendwo so ein Taucher aus dem Gebüsch und dann geht's los. Mh... Mh... Buh... Oh... Ha... 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 Was passiert? Ich bin raus heute. Ich flieg dich, Jack! Ah, er ist reingegangen. Wunder, mein Name ist Kurschmirnsohn. Ich bin vom Arme. Ich grüße Sie. Äh... Ja, schönen guten Tag. Gut, dass Sie da rangegangen sind. Ja, bisschen lauter vielleicht noch. Dann verstehe ich nämlich gar nichts mehr. Bitte? Bisschen leiser pickel bitte, ja? Ich... Ich rede doch ganz normal. Ey, das ist doch Kerlchen. Oder? Du... Es tut mir natürlich leid, dass ihr eure Kataloge hält... Alter, war das close! Ich würd' dich so auslachen, wenn du jetzt auch stirbst. あ, Monster, Monster, però... Weiß auch, Leute? Ich bin so n runde, sohn. Gute, doch. Ich bin natürlich geäuß. Wir sind wieder zwei und災sten getroffen. Das ist echt so. Das ist wie Ryan und elezusammen verweist. Das ist halt echt so. Das ist echt schlimm. Alter! Was ist los mit euch? Ich bin nicht alle drin. Ich bin... Oh Gott... Was ist das so? Alter... Euch? Nee. Okay, war einer von euch? Nee. Wo bist du? Alter 4! Das gibt nen dicken Alter 4! Der muss mich kurz... Fahr mal kurz gegen meinen Tempest, Digga. Yes! Danke, dass du's mir zweimal schickst. Hallo, fahr gegen meinen Tempest! Hab ich? Ich hab's dir noch einmal geschickt. Du hast wieder gelernt. Ja, ich hab's dir noch einmal geschickt. Warum zeig ich nun den Drecksstunden hätte. Macht man was in zwei Sekunden? Ich Junge, er rastet komplett los. Jedes Mal nicht. Ich muss mich nicht gankingen. Oh nein, Digga. Fahr weg! Nee, du kriegst mich ganking. Paar, geh mich bitte, Jack. Bitte. Jack, bitte. Hab ich doch gern gemacht. Digga. Ich hab ihn gekegelt. Das Ding jetzt explodiert, du bezahlst. Scheiß bezahl ich. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ist das hier? Ist das hier? Ja! Was ist das hier? Ja! 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 Na 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 na. Thanks, thanks for listening guys. And thanks for recommending this song.